Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute bin ich auf dem Feld, da war früher mal eine Flaggstellung, das haben die alten Leute mir da erzählt. Da ist eine Flagg gestanden. Schauen wir mal was da geht. Ich gehe mal da ein bisschen durch und dann melde ich mich beim ersten Signal. Ok dann bis dann. So das nächste Signal. Da muss irgendwo sein. Ah ja vor allem, das schaffe ich mal alleine. So das nächste Loch. Schauen wir mal. Ein Müll. Jawohl, nehmen wir den Wies, schmeißen wir weg dann. Bis zum nächsten. So, da haben wir irgendwo das 83er Signal. Da ist was. Knopf. Hoppala. Ein Knopf. Wahrscheinlich wieder von der Wehrmacht. Jawohl. Ok, auf geht's. Bis zum nächsten. So, da haben wir schon wieder was. Und das ist ein Müll. Oder. Wahrscheinlich. Müll. Ein Müll, jawohl. Auf zum nächsten Signal. Wieder ein schönes Signal. Ich glaube ich sehe schon. Ich hoffe das ist was. Ich hoffe das ist was. Jawohl. 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 Eine kleine Silbermünze. Jawohl. Welche das ist, das weiß ich jetzt nicht. Super. Ich mache es daheim sauber, dann zeige ich euch nochmal. Bis gleich. Okay. So, jetzt haben wir da ein 83er Signal. Ah, ich sehe schon. Eine Patrone. Jawohl. Ok, auf geht's. Bis zum nächsten. So, das nächste Signal. Das habe ich da schon rausgehört. Da ist es. Was das ist, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aha, Hauptzeichen. Jawohl. Abzeichen. Sehr gut. Ich mache es daheim sauber, dann zeige ich euch es nochmal. Aber wie es ausschaut ist das Abzeichen. Genau. Ich zeige euch es dann daheim nochmal. Bis dann. So, noch ein Signal. Das. Kleine Münze. Es geht jetzt. Ja, ich sehe es dann. Jawohl, weiter geht's. So, da ist das nächste drinnen. Ah, ich sieh's schon. Jawohl, ein heiligen Anhänger. Super. Auf geht's bis zum nächsten Signal. So, der nächste Fund, wieder eine Patrone. Ah, alte Patrone, kaputt, naja, ok, dann auf geht's bis zum nächsten Signal. So Leute, jetzt hab ich ein super Signal gehabt, die sieh ich schon, das ist da drinnen. Seht ihr's? Was ist das? Wahrscheinlich wieder so eine Plakette oder so. Ja genau, ich mach's daheim sauber, dann zeig ich euch's noch mal. Ich muss das hier mal daheim waschen. Na ja, ok, dann bis dann. Jetzt zeig ich's das dann rein. So, das nächste Signal. Aha, das ist da. Was ist die Seite von einem Patron oder sowas, oder? Keine Ahnung. Ich glaube eher Müll wieder. Na ja, egal, nehmen wir mit. Okay. Ok, dann bis zum nächsten Signal. So, da haben wir ein Oberflächensignal. Da ist was. Was ist das? Ja, wahrscheinlich so ein Schrauben, so kleiner. Ja, müsste jetzt ein Schraubenzieher für irgendwas. Ok, auf geht's bis zum nächsten Signal. So, das nächste Signal, habe ich schon rausgeholzt, wieder eine Patrone. Na ja, da muss was los gewesen sein da von hier. Ok, auf geht's bis zum nächsten Signal. So, da ist das nächste Signal, habe ich schon rausgeholzt. Da ist's. Ah, was ist das? Keine Ahnung. So, entweder Müll oder es ist irgendwas. Na ja, ich mache es einmal daheim sauber. Ok, bis zum nächsten Signal. So, da haben wir das nächste Signal schon rausgeholzt. Und schon wieder so ein Patron. Ja, da liegen viele hier rum. Ok, dann bis zum nächsten Signal. So, da ist dann das nächste Signal. So, da haben wir das nächste Signal. So, da haben wir das nächste Signal. Das ist sowas. Keine Ahnung, was das ist. Das ist sowas. Keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Ok, auf geht's bis zum nächsten Signal. So, da ist das nächste Signal. Ah, da sehe ich es schon. Ah, Schillingmünzen, jawohl. Die sind nicht mehr so gut beinahnte Schillingmünzen. Das war nur Qualität. Super. Auf geht's weiter. Zum nächsten Signal. So Leute, jetzt haben wir große Patronen hier. Das muss von einer großen sein. Ja, das ist ein gescheites Kaliber. Super. Auf geht's, zum nächsten Signal. So, wo ist das nächste Signal? Ah, ich sehe es schon. Eine Münze wieder. Jawohl, wieder ein Schilling. Super. Schöne Münze. Auf geht's, zum nächsten Signal. So, wieder ein schönes Signal. Und Müll wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich so der Alu-Müll. Ah ja, ok. Auf geht's bis zum nächsten Signal. So, das nächste Signal habe ich schon rausgeholt. So, das ist wieder so reichsfeinig. Ja, genau. Aber er ist auch schon ziemlich fertig. Ja, ziemlich schon fertig die Münze. Okay, bis zum nächsten Signal. So, wieder ein Signal gehabt. 60 Leitwirt. Das war ein Mühl. ein kleines Blechteil. Okay, auf geht's bis zum nächsten. So, da haben wir ein 90er Signal. Da ist schon was. Entweder Schrauben oder was. Oder Knopf. Schrauben oder Knopf. Na ja, auf geht's bis zum nächsten. So, da haben wir ein schönes Signal gehabt. Das ist da drinnen. Und da ist ein Müll. Jawohl, ich nehme ihn mit. Bis zum nächsten Signal. So, Signal wieder gut. Jetzt habe ich das rausgekult. Gut, dass ihr passt. Ah, nix vielleicht zu Blei oder was. Okay, auf geht's bis zum nächsten Signal. So, das ist das nächste Signal. Habe ich die Chance geholt. Ah, da ist was. Cool, was ist das? Ah, das kann eine Uhr gewesen sein. Oder? Genau, eine Uhr vielleicht. Oh je. Ich schaue, dass ich es vielleicht auch ein bisschen sauber machen kann. Okay, bis zum nächsten Signal dann. So, 86er Signal. Oberfläche. Da drinnen. Da ist sie. Vielleicht ein Teil von einer Schnalle. oder irgendwas. Ja, das müsste der Schnalle mal gewesen sein. Okay, auf geht's bis zum nächsten. So, da haben wir wieder ein 90er Signal. Ha. Jawohl, eine Münze. Das weiß ich jetzt nicht. Nein, das muss ich daheim sauber machen einmal. Wahrscheinlich ein Kreuzer oder so. Genau. Ein Kreuzer. Jawohl. Jawohl. Auf geht's bis zum nächsten Signal. So, das ist das nächste Signal. Da ist was. Jawohl. Eine kleine Münze. Das dürfte ein Groschen sein. Jawohl. Bis zum nächsten Signal wieder. So, wieder ein schönes Signal. Ich habe es schon gesehen. Es ist rausgesprungen. Alles. Wieder eine Münze. Jawohl. Was ist das? Achso. Es müsste wieder so ein Kreuzer sein. Genau. Ein halber der Kreuzer. Jawohl. Super. Hoppla. Das muss ich jetzt nicht. Jawohl. Ich habe es schon. Okay, auf geht's. Bis zum nächsten Signal. Bis zum nächsten Signal. Ich habe es raus geholt. Und ich sehe es schon. Ah, ich sehe es schon. Jawohl. Ja, 6 Kreuzer, Silber, jawohl, das ist ein super Feld, jawohl, super, jawohl, auf geht's bis zum nächsten Signal. So, da haben wir das nächste Signal schon, ich hab's schon rausgeholt, so, weiß ich was das ist. Na ja, schaut einmal gut aus, was das genau ist, weiß ich auch nicht, ich mach's einmal daheim sauber und dann zeig ich euch's nur einmal, ok, dann bis dann, bis zum nächsten Test. So, da haben wir ein schönes 86er Signal. Kleinsaal und Putzl, ein Müll, na ja, nehmen wir mit, bis zum nächsten. So, 81er Signal, schauen wir mal, was das ist. Aha, da ist es schon, ah, wieder eine kleine Mönze. Zwar heller, wahrscheinlich, genau. Jawohl, auf geht's weiter, zum nächsten Signal. So, da haben wir das nächste Signal, hab ich schon rausgeholt. Ah, ich zieh, glaub ich schon. Ist wieder eine Mönze, jawohl. Oh, welche, das weiß ich jetzt nicht. Ach so. Zwei Großschnei, jawohl. Ok, dann bis zum nächsten Signal. So, auch das 70er Signal. So, auch das 70er Signal. Ah, ich glaub, ich sieg's schon. Eine Mönze. Die Mönze. Jawohl. Jawohl. Wieder so zwei heller. Genau, so zwei heller sind's. Ok, auf, bis zum nächsten Signal. Ein 70er Signal. Oberfläche. So, da ist was. Ah, kleine Patrone. Oder? Ja, sicher. Kleine Patrone. Eine kleine Patrone, genau. Ok, auf geht's, bis zum nächsten Signal. So, da ist das nächste Signal. Oh Mann. Ihr habt Schossi. Da ist wieder so ein kleiner Patrone. Da ist wieder so ein kleiner Patrone. Da ist wieder so ein kleiner Patrone. Jawohl, auf geht's, bis zum nächsten Signal. Da haben wir wieder 80er Signal. und da ist was was ist das cool das sieht aus wie ein Löwenkopf, Katzenkopf, Löwenkopf ich mache es nach Hause sauber, dann zeige ich euch ok dann bis zum nächsten Signal 54er Signal jetzt wo ist denn das, das vielleicht kleiner Knopf jawohl ok auf geht es bis zum nächsten Signal da haben wir 79er Leitwirt einmal die Drohne wieder jawohl auf geht es bis zum nächsten Signal dann 69er Signal da ist es was ist das aha es ist einfach ein Ring sein das müsste ein Ring sein ich muss den daheim einmal sauber machen dann zeige ich euch das ok dann bis dann, bis zum nächsten ok so nächster und letzter Fund für heute ist da drinnen aus dem Loch so was ist das schauen wir mal eine Münze jawohl jetzt es ist schon ein wenig dunkel und es reicht glaube ich weit ich mache es daheim sauber, dann zeige ich es nur ok bis dann so das sind die Funde von heute ich werde es schnell reinigen und dann zeige ich euch noch einmal so Leute das sind die Funde von heute diese zwei Silbern und dann das muss dann ein Kreuzer sein genau dann diese sechs Kreuzer dann das hier keine Ahnung was das ist dann diese schöne Uhr da steht irgendwas dann hier wieder ein paar Münzen ein Kreuzer ein Schiebling wir auch ein Kreuzer hier zwei Heller halber Kreuzer Anhänger zwei Heller das ist eins habe ich den Groschen rechts bin ich einen Grosche von den Löwen keine Ahnung wo wir da waren da haben wir einen kleinen Rund dieses Abzeichen Und diese Flakette von 1935 steht drauf, diese zwei kleinen Patronen und die große. Das war es. Das ist ein kleiner Knopf. Das ist wahrscheinlich auch mal der Wehrmacht. Okay, das sind die Fonde von heute. Ich bin sehr zufrieden. Okay, tschüss, dann bis zum nächsten Mal.